Ich heiße Marlene, und ich bin in der 9. Klasse. Ich lerne sehr gern Sprachen, wie Französisch, Spanisch und Deutsch. Leider finde ich Mathe und Chemie zu schwer. Ich lerne ungern Theater, weil es zu laut ist. Ich mag auch nicht Physik, weil wir zu viel Hausaufgaben bekommen. Ich finde Biologie toll, weil unsere Lehrerin geduldig und hilfsbereit ist. Dieses Jahr freue ich mich besonders auf die Klassenfahrt nach Berlin. Es wird toll sein. Ich freue mich gar nicht auf die Prüfungen, weil ich viel lernen muss. Meine Eltern waren letztes Jahr leider nicht mit meinem Zeugnis zufrieden.